Guten Tag und herzlich willkommen zur Webinar-Reihe im Herbst. Mein Name ist Frederik Altmann und ich freue mich, Sie in unserem Webinar begrüßen zu dürfen. Heute werden wir Ihnen das neue Bukini EFC vorstellen. In den kommenden Minuten werden wir gemeinsam die zahlreichen Funktionen und Vorteile dieses Convertibles entdecken, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern und Ihren Alltag erheblich erleichtern können. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wird. Dennoch ermutigen wir Sie, Fragen im Chat zu stellen, die wir im Anschluss an das Webinar gerne beantworten werden. Lassen Sie uns jetzt ohne weitere Verzögerung beginnen. Schauen wir uns nun das Konzept und Design des Bukini EFC genauer an. Das EFC präsentiert sich in der bewährten Form seines Vorgängers, das EFB, um die Kontinuität und Zubehörkompatibilität zu gewährleisten. Das EFC ist ein Convertible-Gerät, was bedeutet, dass es sowohl als Notebook als auch als Tablet verwendet werden kann. Trotz seiner Vielseitigkeit wiegt es lediglich 1490 Gramm und verfügt gleichzeitig über einen beeindruckenden, stabilen, magnesiumverstärkten Rahmen. Zusätzlich ist das EFC mit gummierten Schnittstellenabdeckungen ausgestattet, die nicht nur Staub abhalten, sondern auch leichten Spritzwasser widerstehen. Das eindrucksvolle 360-Grad verstellbare Multi-Touch-Display mit Digitizer-Funktion und Handballenerkennung ermöglicht präzise Eingaben und bietet maximale Flexibilität, unabhängig davon, ob Sie es im Notebook, Präsentations- oder Tablet-Modus verwenden. Im Tablet- oder Präsentationsmodus erfolgt die automatische Deaktivierung der Tastatur, um die Nutzung noch komfortabler zu gestalten. Die Einstellung lässt sich bei Bedarf in den Windows-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Ein weiteres Highlight des Geräts ist der praktische Handgriff auf der Rückseite. Dieser erlaubt ein müheloses und sicheres Transportieren des Convertibles und macht es besonders mobil. Der Digitizer wird in einer eigens dafür vorgesehenen Mulde oberhalb der Tastatur magnetisch sicher verstaut. Dadurch ist der Stift stets sicher aufbewahrt und gleichzeitig jederzeit griffbereit. Im Gegensatz zu anderen Geräten, bei denen der Stift oft zeitlich am Gehäuse in einer Schlaufe befestigt ist oder gar keine Befestigungsmöglichkeiten bietet, bietet das EFC eine elegante und zuverlässige Lösung zur Aufbewahrung des Stifts. Mit diesem durchdachten Design gewährleistet das Bukini EFC nicht nur optimale Leistung, sondern auch höchsten Benutzerkomfort und Praktikabilität. Nun werfen wir einen Blick auf die Leistungsmerkmale und technischen Daten des Bukini EFC sowie auf seine beeindruckende Robustheit. Das EFC zeichnet sich nicht nur durch seine leistungsstarren Komponenten aus, sondern ist auch äußerst widerstandsfähig. Im Inneren des Geräts arbeitet ein Intel-Prozessor N100, der mit bis zu 16 GB SO-DIMM DDR4-Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB Festplattenspeicher unterstützt wird. Das EFC verfügt über ein 11,6 Zoll Full-HD-Display mit chemisch gehärtetem Glas und einer Helligkeit von 300 Candela. Dank Anschlüssen wie 2x USB 3.2 Gen 1 Typ A und USB 3.2 Gen 1 Typ C mit Displayport-Unterstützung und Lademöglichkeit, HDMI und LAN, sind sie bestens für vielfältige Aufgaben gerüstet. Die Akkukapazität von 5000 mAh in Kombination mit dem sparsamen Intel-Prozessor N100 ermöglicht es Ihnen den gesamten Tag über produktiv zu sein. Die 200 Grad schwenkbare Kamera bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten, sei es als Webcam, für Videokonferenzen oder für schnelle Fotoaufnahmen, die Sie direkt weiterleiten können. Dies steigert die Flexibilität bei der Arbeit erheblich. In Bezug auf die Robustheit erfüllt das EFC die strengen Anforderungen des Militärstandards 810H und ist nach IP52 zertifiziert. Dies bedeutet, dass das Gerät selbst extremen Bedingungen instand hält und gleichzeitig verstaubt und leichten Spritzwasser geschützt ist, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen. Zusätzlich können Sie das Bukini EFC bis zum 1. Wattal 2026 bestellen und es wird mit einem aktiven Tabletstift und einem 30 Watt Netzteil mit USB-C Anschluss geliefert. Das EFC hat einen standardmäßigen 2-jährigen Bring-in-Garantie, was bis zu 5 Jahre optional erweitert werden kann. Der Akku besitzt eine 1-jährige Garantie. Lassen Sie uns jetzt das EFC im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem EFB, genauer betrachten. Das EFC steht keine komplette Neuentwicklung dar, sondern eine gelungene Weiterentwicklung des EFB. Der im EFC verbaute Intel Prozessor N100 bietet bei gleicher Leistungsaufnahme eine höhere Leistung als der Pentium Silver M5000 des EFB. Der maximal verfügbare RAM wurde von 8 GB DDR4 mit 2400 MHz auf 16 GB mit 3400 MHz erhöht. Und es sind größere M.2 SSDs mit bis zu 1 TB Speicherplatz möglich. Das EFC verfügt nun über das schnellere AX-Wild an, das eine 1,2-fache theoretische Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht. Das Display wurde ebenfalls verbessert und bietet nun eine gestochen scharfe Pixeldichte von 178 ppi in Full-HD-Auflösung. Wenn wir die Prozessorkerne genauer betrachten, wird deutlich, dass der Intel Prozessor N100 eine neue Architektur mit 7nm Fertigungsverfahren aufweist, was eine höhere Leistung bei gleichbleibender Leistungsaufnahme ermöglicht. Die maximale Taktfrequenz beträgt nun 3,4 GHz, was zusammen mit dem 6 MB Intel Smart Cage eine Leistungssteigerung im Single Thread Benchmark auf 1.967 Punkte und im CPU-Mark auf 5.622 ermöglicht. Das bedeutet eine Leistungssteigerung von 42% im Single Thread und 54% im CPU-Mark bei gleichbleibender Leistungsaufnahme. Zu guter Letzt betrachten wir die verschiedenen Einsatzgebiete des Bukini EFC und seine klare Vorteile gegenüber Standortgeräten. Dieses vielseitige Gerät findet Anwendung in Schulen, Behörden, auf Baustein und in der Industrie. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Geräten liegt auf der Hand. Das EFC ist robust und widerstandsfähig. Es hält Belastung des Alltags stand und bietet gleichzeitig erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit. Ob Sie in extremen Umgebungen arbeiten oder einfach ein zuverlässiges Gerät benötigen, das immer einsatzbereit ist. Das EFC macht den Unterschied. Das war eine ausführliche Präsentation des Bukini EFC. Wenn Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, diese jetzt im Chat zu stellen. Wir werden im Anschluss an das Webinar gerne auf Ihre Fragen eingehen. Das Handbuch zum EFC finden Sie auf unserer Website unter Bukini.de. Dort stehen auch zukünftig Treiber und weitere Inhalte zum Download bereit. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Fragen und Anmerkungen.